Hallo Leute, in diesem Video helfe ich euch mit den Fortnite Season 4 Thor-Stil-Herausforderungen. Ihr seht quasi, wenn ihr Stufe 15 erreicht habt, könnt ihr diesen Stil von Thor freischalten für ihn und seinen Hammer. Und wie das geht, ihr müsst drei Herausforderungen machen. Die erste Herausforderung ist Besuche Bifrist Male als Thor, die zeige ich euch in diesem Video. Ich mache auch noch zu den anderen beiden Herausforderungen Videos. Guckt einfach auf meinem Kanal vorbei, lasst Abo und locke da Daumen hoch und gebt einfach ein, Tor-Herausforderungen, VotaTV, wenn ihr auch die anderen Herausforderungen braucht, da helfe ich euch natürlich auch gerne. Leute, wie ihr seht, ich habe wieder ordentlich V-Bucks aufgeladen. Wenn ihr Skin-Verlosungen haben wollt, Battle Pass-Verlosungen, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr haben, wie findet ihr Fortnite Season 4, welchen Skin findet ihr am besten? Jetzt gehen wir ins Spiel und macht die Herausforderung. So Leute, wir sind in-game und wir besuchen die Bifrost Male als Thor. Visit by Frost Marks S. Thor ist die Herausforderung, die wir in diesem Video machen. Ich werde auch noch zu den anderen beiden Herausforderungen, um die Thor-Stile freizuschalten. Ein Video machen, lasst ihr so Abo und locke da und alles, was ihr machen müsst, ist hier landen. Das sind hier die Thor-Bifrost, Bifrost, Bifrost heißt das Zeugner, Bifrost, 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 Male, halle du ja meine Ohren, ey. Und das ist das eigentlich schon, hier einfach landen. Ihr könnt auch hinlaufen, man muss ja nur eins besuchen. Okay, ich dachte, man muss drei besuchen, okay, whatever. Gut, okay, auf jeden Fall, wenn man hier gelandet ist, das war es schon, hat man den ersten Teil der Herausforderung abgeschlossen. Ich hoffe ja, es ist wieder geholfen, komm mir daumen hoch, Abo und locke. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.